Oh, 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 oh. Oh, ich wusste was hier irgendwo, als das angeht? Hallo und herzlich willkommen zu einem anderen Part von Star Wars Jedi vArd Arna. Ja, wir haben beim letzten Mal diesen Stein angefasst. Und haben den guten Doppelsprung erlernt doch oder was? Ne, ne haben wir nicht irgendwas erlernt? Hä? Bin ich�變ert? Äh, nee, wir haben keinen Doppelsprung erlernt. So, aber wir haben... Äh, wir haben... Den Macht... Noch lauter, bitte. Wir haben den Machtstoß eigentlich erlernt. Und das ist gut. Ich weiß... Ich weiß zwar selbst nicht, warum es jetzt so gut ist. Scannst du wieder? Scann mal, was hast denn du hier? Was ist das? Alte Statuen. Ah. Okay, gut. Vielleicht können wir ja hier... Wollen wir mal. Nö, aber hier können wir durch uns durchquetschen. Das ist auch gut. Wollte ich immer. Schon immer. Ach, ey. Es ist gerade so schönes Wetter bei uns. Und ich sitze hier... Und ich verbringe mich hier gerade hier drin. Und nehme gerade auf, ey. Da merkt man, ey. Ich habe auch echt kein Leben. Obwohl... Obwohl... Ja gut, na gut. Nein, nein. Ich habe nur darauf... Wir werden nicht weiter bei... Wenn ich jetzt weiter auf... Darauf eingehe, werden garantiert viele schreiben. Ja, hast du. Aber gut. Ähm... Wir müssen jetzt eigentlich zurück... Da, wo wir diese schöne Kugel gesehen haben. Ist das hier lang? Äh... Okay. Nein, 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 nein. Ich bin eigentlich ganz ab runtergesprungen. Obwohl, doch bin ich... Ich bin so frei. Das ist eigentlich noch. Es ist scheiße dunkel. Äh... Ich sehe... Hallo, hallo. Ich sehe nichts. Da drüben. Ähm... Ey, es ist so dunkel. Ich... Ich... Ich sehe einen Preis. Kann ich mir... Oh, oh... Das ist sehr interessant. Ein Echo. Dann gucken wir mal, was da Schönes gesagt wird. Ah, ne. Und dann macht er es halt so. Back mit dir. Ist ja mega nice. Okay. Dann gehen wir mal. So, kommen wir erst mal zu. Und... Ich habe immer noch keine Ahnung, wo ich lang muss. Äh... Da drüben geht es ja eigentlich auch noch lang. Wir müssen ja, wie gesagt, aber... Da haben wir gewahren. Aber ich... Ich... Ich habe keine Ahnung, wo wir lang müssen. Lass mich durch! Ähm... Hier ist eine Wand. Äh... Wer hätte es gedacht? Ich nicht. Äh... Ähm... Nö. Einen Doppelsprung können wir immer noch nicht. Ah, ich glaube, ich weiß, wo wir lang müssen. Wenn ich mich jetzt nicht irre... Müssen wir genau... Da dann. Jetzt hier rauf. Okay, dann halten... Äh... Liebe Leute, dann halten wir dich. So, dann machen wir das erstmal mal auf. Ey, ich renne hier gerade wirklich die ganze Zeit rum, oder? Ach, egal... Ach, come on... Nicht euer Ernst, oder? Komm schon... Los... Los... Mach man... Was ist denn sonst lang... Ähm... Ach... Äh... Götti... Die Videokarriere ist vorbei... Äh... Äh... Nur, weil ich zu dumm bin, wenn ich das Spiel... Ah... Perfekt... Jetzt hier wieder durchquetschen... Gucken wir... Vielleicht kommen wir ja dann nochmal weiter... Ich... Ich... Ich hab keine Ahnung, wo ich lang was... Äh... Also... Also... Hier da drüben... Ist die Wand, oder? Ist die Wand da drüben? Ah... Ah... Hey, Alter... Ich hab ein bisschen Druck... Okay... Ich kann hier nichts anschieben... Klettern... Immer noch so ne Sache... Halbgabe... Perfekt... Sag mal... Da kam ich doch... Kam ich grad... Ja... Von daher auch kam... Ich lauf hier im Labyrinth rum, ey... Da geht's lang doch, oder? Ja... Ja... Perfekt... Mein Freund, sieh dir die Details auf diese Ränder an... Die unverwechselbaren Streifen... Das kann doch nur ein Rochierbaum von Kashyyyk sein... Zeit für einen Besuch bei einem alten Freund... Wenn die Zeffo Kontakt mit Kashyyyk hatten... Stehen die Chancen gut, dass Häuptling Tarful darüber Bescheid weiß... Gut zu wissen, dass das so ist... Oh, wow... Wer bist du denn? Aufschlitzen... Schlitz... Oh... Weg mit dir... Ehh... Was glauben denn hier für Kreaturen? Hm... Aber gut... Reise-Zee freigestellt... Kashyyyk... Perfekt... Oh... 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 Warte mal... Ah... Ja... Ist ja... Passt ja grad perfekt... Weil... Beweg dich mal... ... Jetzt ist er down, geht auf. So, und jetzt... Das wollte ich genauer rein. Perfekt. Dann müssen wir... Nicht da lang, weil ich wieder inkompetent wie sonst was bin. Hm. Okay, dann gibt's euch... Ah, da! Schön klettern! Und rauf da! Aber ich frage mich jetzt... Wo geht's weiter hier? Lass dich mal feiern, lieber Kerl. Und dann geht's los. Ah, ja... Ich freue mich aber auch... Obwohl... Ich brauche mich nicht auch darüber beschweren, dass ich jetzt hier aufnehme. Ist ja auch was schönes. Und dazu noch... Ich werde sowas nicht mal rausgehen heute und... Oh Gott, oh Gott! Fange ich instant an zu labern, fahre ich runter. Ich werde auch heute noch versuchen, was aufzunehmen. Also... Wir haben Sonntag. Gerade wo ich jetzt hier aufnehme. Äh... Also werde ich mal gucken, ob ich es schaffe, da mal das, was ich umsetzen wollte, zu machen. Und wenn sich jetzt Leute fragen, was ich damit meine... Ich meine damit... Fürs Nächste, ich spüre irgendwas. Habe ich mal was anderes geplant. Es ist mal anders. Es ist jetzt nicht so wie die Letzten, die spüre irgendwas. Ich probiere es mal anders zu machen. Weil ich habe bis jetzt immer... Okay, das war jetzt nicht... Ich spüre noch den Hass, der dabei topte. Okay, gut. Ähm... Da drüben ist die... Ist Eis... Kann ich hier irgendwo lang? Okay, hier. Wohin gehe ich jetzt hier? Okay, nein, nein. Das war doch... Ach, ich hasse es jetzt schon. So, also... Wir können da drüben nochmal hingehen. So, und dann... Habe ich die brillante Idee. Diese... Billion-Idee. Hm... Come on. Denkst du, hier gibt's noch mehr Kugeln? Ich auch. Suchen wir weiter. Okay, gut. Ja, ich bin... Den Hinweis war ich jetzt nicht gekommen. Aber schön, dass man Hinweise... Von BB1 kriegen kann. Das wusste ich jetzt noch nie. Oh... Na toll. So. Und der Kopf ist ab. Perfekt. Ähm... Was haben wir denn hier? Okay, hier haben wir... Ach da! Da ist sie ja. Die jude Kugel. Die jude Kugel. Dann schien wir dich mal. Oh ne... 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 Nicht da lang, nicht da lang. Ah, vielleicht kann... oder vielleicht kann man auch einfach... Warte, hier war doch irgendwo da... ...der Schlitze. Der Öffnungsschlitze. Wo Wind durchkommt. Vielleicht kann ich aber was machen. Aber hier haben wir doch ein Echo. Perfekt. Also ich wusste nicht, dass hier überall Echos rumliegen. Ich hätte schon gedacht, dass hier ein paar Echos sind. Aber nicht so viele. Nicht nur der Wind zieht durch die Lappen. Die Stimmen. Von früher? Okay, warte mal, gucken wir jetzt mal ab. Der pustet die Kugel jetzt dahin. Zack, perfekt. Und aufgemacht. Feine Kugel. Also machen wir jetzt mal hier auf. So, endlich machen wir da raus. Ich muss gucken, was dann passiert. So, und jetzt machen wir die wieder an. Wenn wir jetzt. So. Perfekt. Äh... Der Gemauterer. Was haben wir denn da? Ui. Maximale Macht. Okay, das ist nur so ein Geheimnis entdeckt. Okay, das war doch ein Geheimnis und Nicht-Story. Relevant. Okay, schade. Äh... Wo war hier noch mein Ausgang? Wo war der Ausgang? Hallo? Hilfe! Da! Oder? Ja, das war der Ausgang. So. Wir gucken, wie ich das Lichtschwert schwingen könnte. Und dann... So, und dann... Ist das ja kaputt. Also eigentlich... Müsste ich es von da aus... Oh, scheiße! Alter, warum... Oh, oh! Er hat das... Er hat das SCH-Bot gesagt. Jetzt geh ich woher ab. Pfff... Hm, so. Wo kann ich das hinpacken, wo es... Oh, warte. Ich hab ne Idee. Perfekt. Genau das, was ich wollte. Und jetzt gehst du da... Geh mal da hin. Geh mal da hin. Nein, 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 nein! Obloooo! Oder vielleicht doch da hinten? Warte mal. Wir müssen hier überall Kugeln hin. Okay, ne, da rein kann keine Kugel... Aber... Das kann ich machen. Das ist auch ein schönes. Okay, und hier kann ich klettern. Wo geht in das Schööne Ja, das Schöne, genau Wo geht der schöne Weg lang Hoffentlich mal zu was Was doch relevant wer Das wär immer schön Die ganze Zeit hier alles durchzusuchen Chaos und so Ist zwar schön und gut Aber ich weiß nicht Das so gut ist Okay und jetzt Jetzt haben wir hier 2 Kugeln schon Perfekt Probieren wir's nochmal Du kommst schön da oben hin. Perfekt, was haben wir hier? So, vielleicht kann ich hier noch was finden, wenn man sich da weiter was machen kann. Ei, ei, ei. Ich wusste, was hier irgendwo das angeht, aber es wird eh nur meinen Weg wieder gehen. Komisch. Das ist sehr komisch. Aber hier wären wir doch wieder bei Null. Ja, wir können ja wieder zurück. Verdammt, ey. Und ich komm grad nicht in den Strom. Was ist denn das jetzt hier, ey? Rein ging's doch. Warum geht's jetzt denn nicht? Oh, dann nochmal. Alter, ey, wie oft noch? Jetzt. Weg mit dir, weg mit dir, weg mit dir. Gar kein Bock auf euch. Okay. Nein. Hm. Okay, jetzt aber. Wehe, ich war hier schon. Sonst ist das extremstens belastend einfach. Okay. Okay, hier ist nochmal ein Echo. Ah, ne. Hier kann ich meditieren. Hier kann ich meditieren. Okay, ist auch schön. Okay, dann lass mal ein paar Fähigkeitspunkte nehmen. Wäre ja praktischer einfach so. So, was haben wir denn hier? Gruppenverlangsamen. Massenschub. Ach, komm. Das lernst du. Jetzt können wir mehrere Leute wegschieben wohl. Ja. Perfekt. Halte. Und dann. Nach das lernen wir auch noch. Macht Regenerationsbeschleunigung. Perfekt. Warum nicht gleich so? Leider war dieser Ort extrem unnötig. Okay. Wo kommen wir jetzt hier raus? Ah, jetzt sind wir wieder da. Jetzt sind wir wieder da, wo wir vorhin waren. Perfekt. Also da, wo ich nicht sein wollte. Der Moment, wenn das Spiel mich nie... Da, Gott. Lass mich in Ruhe. Haha. Haha. Jetzt geh rüber. Komm jetzt. Jetzt mach. Schau mal. Das ist so eine ganze Scheißereihe. So. Und jetzt springen. Und zack. Hält dich fest. Danke. So. Weiter geht's. Wo geht es denn weiter? Ich hab keine Ahnung, wo es weitergeht. Und was ich genau hier mache. Aber gut. Ich mach es halt. Ich kann es beleuchten. Äh. Ja. Dann scannen wir. Ah. Was haben wir hier unten? Was hast du? Eri Rahms. So. Alice Rahms. Okay. Gut. Etwas was ich nicht vorlese. Findet Spaß. Ähm. So. Da oben ist noch was. Aber ja. Gott. Ich brauch's nicht brauchen. Wir probieren da lang zu gehen. Zack. Da lang nochmal. Wohin geht denn das hier? Das fühlt ja auch wohl an. Und da können wir nirgends mal hin. Also. Hm. Schon irgendwie kompliziert. Ich wette es gibt jetzt hier wieder einen der sagt. Das ist das ganze einfach. Du musst einfach nur das und das machen. Dann. Easy. Hier waren wir doch schon. 15 mal. Wieso. Das generiert sich wohl alles. Na toll. Immer schöner wird es. Und bunter. Aber. Ich geh mal. Ich geh mal. Äh. Okay. Ja. Was hast du hier? Mein Freund. Dieses Grab ist überaus faszinierend. Schön. Es freut mich, dass du das gerade so amüsant findest. Aber. Ich finde es nicht so amüsant. Ich finde es nicht so amüsant. Aber naja. Ist ja jeden sein eigenes. Ach. Nein. Ich saddleBR genuinelyНе. Kann ich konkurren? Oh mein. Ich glaube nicht. Los roll. Das Rätsel ist schon mal gelöst. Oh, das ging ja sogar auch. Okay, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Mal wir, aber ja. Wo kriegen wir jetzt diese Kugel? Ach ja, warte, warte, warte doch mal. Ja. Ah, ha, ha, ha. Na? Wir können mal kurz auf diese Kugel da scheißen. Das dürfte sich ja eigentlich... So. So, irgendwo da... Oh, oh, oh. Wo ist die Kugel? Wo ist die Kugel? Hallo? Kugel? Hallo? Oh, da kommt sie ja. Da kommt sie ja schon. Was? Na, so. Ich muss sie hier rechtzeitig rein katapultieren. Und der Part ist auch gleich vorbei. Oh Gott. Und... Na gut, aber ich würde sagen, wir sind dann beim nächsten Part wieder. Wenn ich mich nicht so dumm anstelle und so ein Zickes. Hörgern und... Tschüss.